Wetter Gates mit 4N3 in den Abwasserkanälen vor DC Eigentlich kann er mich gar nicht sehen, ich weiß bloß nicht warum der dann so schreit Die sind von hierher gekommen Gehen jetzt bitte mal ganz hoch Das hätte ich auf jeden Fall glaube ich ein Buch Großes Buch der Wissenschaften Wasseraufbereitungsstatus lagertür aktivieren Überfluss reinigen Ach schade Na das war die Tür Okay Und jetzt wollen wir uns noch gleich der Büchlein Wissenschaft um eins erhöht Schade 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 Untertitelung des ZDF, 2021 blutspur die scheint auch relativ frisch zu sehen etwas merkwürdig obwohl das vier hier sind müsste vielleicht unter uns kann ich das was nicht aktivieren ein Jetzt holt er auch noch ab. Ich glaube es hackt. Ich glaube es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Na komm, da! Ich sag jetzt nicht, dass es hier eine Sackgasse ist. Na, ein Glück. Scheinbar wollten die das hier zumauern. Komm. 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 das blut kommt also von einem ghoul finde ich jetzt nicht unbedingt beruhigend dass der hier drin liegt was bist du für einer verdammte scheiße der ist durch seine eigene sturm geschichten eines dörrfleisch verkäufers aus janken und gucken mich würde bloß mal interessieren warum hat er hier gelebt und warum hat er seine eigenen seine eigene rasse praktisch gefuttert und warum wollte er fliehen lager schlüsse wo ist das lager haben wir das jetzt schon geöffnet eine flasche quantum sie liegen okay das erste gleich ansonsten nicht das ist glaube ich kann das ist gleich das ist gleich und das bändes gleich das bestimmt nur zum aufmachen das das tresor ok dann haben wir das ding hier fertig erkundet aber was sollte das ja das ist der lagerschlüssel rechnen rasenmäher krücke jetzt fehlt nur noch dieser schnell kochtopf druck kochtopf war das ne bitte sagt ja yes ach spielze kräuter wurde ja nicht spiel zekotter mit ok ist auf jeden fall ein paradies für bastler ich bin gespannt wo wir jetzt hier wieder raus kommen ist der kasse noch nie Wo sind wir hier, verdammt? Teddybärenfabrik, okay. Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Dass ich unbedingt diesen Eingang hier gesehen hätte, hätte ich das hier zuerst erkundet. Altmetall, Weißnägel, ich muss was wegfuttern. Ich hoffe, dass wir wieder Chemo problemen kriegen. Welche Tür? Gratich, okay, wir sind also in Gratich. Noch eine Quantum, die hat sich bestimmt im Kühlschrank versteckt. Ich könnte ja verschwören, dass wenn wir hier jetzt rausgehen, gleich wieder Besuch kriegen. Deswegen machen wir das erst in der nächsten Folgespitze. Bedanke mich. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.